Ich grüße euch. Ich habe hier folgenden Fall ein Altbauerfenster und bei diesem Altbauerfenster sagt jetzt mir die Baubehörde, diese Kante soll weiterhin durchgehen. Ich habe jetzt hier das Fenster mit normalen Achikartmitteln einfach mal eingestellt. Das heißt mit Fensterfasche, mit Fensterbank innen und außen einfach alles eingestellt. Aber wenn ich jetzt einfach hergehe, und dieses Fenster durch ein neues Achikartfenster einfach ersetze, dann ändern sich diese Parameter natürlich alle. Das will ich ja natürlich nicht, sondern ich will ja genau diesen Rahmen lassen, wie er ist und nur das Fenster viel höher einsetzen und ein neues Fenster einsetzen. Wenn ich jetzt einfach so zeigen, worum es geht, das Fenster mal kopiere, das Fenster hat das T und hier anstatt dieses Altbauerfenster ist einfach ein neues Fenster einfach impfe und das hier übernehme, dann habe ich zwar ein neues Fenster, das gleich aussieht drinnen, ein Neubaufenster, aber die Höhe ist ja nicht angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt im Schnitt, dann habe ich jetzt noch nicht geöffnet, wenn ich im Schnitt jetzt diese 82,5, wie es früher im Altbaufenster Absturzhöhe wäre, dann auf 1 Meter bringen will, habe ich ein Problem. Ich nehme mal hier einen neuen Schnitt. Das gehört natürlich dann noch mehr angepasst, aber egal. Da habe ich natürlich jetzt wieder diese sogar etwas weniger wie im vorigen Absturzhöhe und ich möchte, dass sie auf 1 Meter haben. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Fenster anfange anzupassen, Strung hat das T, habe ich jetzt eine Fülle von Einstellungen, die ich machen muss, zum Beispiel Fenster, Stock, muss ich jetzt anfangen, diese Sprache zu Preiselbreiten, auf die Herstellerbreiten zu bringen, da spare ich mir erst alles. Ich gehe mal kurz auf die untere Stockaufdoppelungshöhe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, gehen wir gleich mal auf 15, nein, nicht 15 Meter, 15 Zentimeter, 15, wenn ich das mal mache, 19,5 ist immer noch zu wenig. Okay. Jetzt sollte ich vielleicht doch diese Spreiselbreiten einstellen. Eigentlich, wie gesagt, müsste es jetzt so ausschauen und natürlich die Fensterbank gehört drauf. Und diese Fensterbank gehört natürlich schräg eingestellt und runter bei rein. Das ist jetzt noch nicht so das große Problem. Strung hat das T, also die Innenfensterbank nehme ich mal weg. Das hier, Fensterbank innen, mal raus, die Fensterbank außen, hier mit dieser Höhe, Moment. Ich gehe mal auf 15. Okay. Das hat es nicht gebracht. Das hat es nicht gebracht. Strung hat das T. Das hat es nicht gebracht. Diese Höhe. Moment. Diese auch nicht. Okay. So, dann schaut das schon mal. Okay. Okay. schräger aus wie schaut das ganze in 3d jetzt wirklich aus hier muss ich noch ein klein wenig weiter auf das ist in der ansicht an doch wirklich habe ich dreimal ok hier die kante muss schon noch etwas weiter rauf das t und jetzt nicht schon gepasst aber die hier und dann gehört natürlich das auch das ist doch nicht in ordnung moment da liegt der hase im pfeffer das gehört wesentlich weiter raus soweit wie die fasche halt raus steht und dann weiter rauf noch ansicht ja ist die kante halt dort ist wo sie vorher war die passt die passt und gut und dann gehört noch die fenster höhe angepasst das ist sonst alles gleich geblieben das t das heißt höhe kämpfer müsste man sich jetzt ganz genau anschauen das ist dann wirklich groß bandiert das war noch zu wenig das heißt 1,35 1,35 3 cm noch runter 17 naja bin ich dort wo ich hingehöre die breite des fensters muss natürlich auch passen da habe ich jetzt nicht besonders aufgepasst das ist auch klar ich habe hier jetzt 90 aber das stimmt eh gut jetzt habe ich ein fenster eingebaut ein neues fenster wo die abstürzkante passt in etwa aber was nicht passt ist immer die fensterbank denn die fensterbank gehört natürlich jetzt auch auf diese höhe und hier gehört aufgedoppelt jetzt wenn ich einfach mal hergehe und das mit Morphs reinzeichne nehmen wir Morphs und ich sage von hier nach hier nach hier ich möchte nicht das hier haben und das ganze etwas weiter runter das wäre jetzt praktisch das nötige Mauerwerk das ich aufmauern sollte ich möchte jetzt danach suchen und oder jetzt machen ok und hier dann noch noch von mir raus und durch den Marmor und durch den Marmor und durch den Marmor so jetzt habe ich im 3er-Schnitt in 3D Stunde 3 habe ich das jetzt hier erinnern wie gesagt da habe ich jetzt die Materialität nicht angepasst ich kann das jetzt einfach nachfahren und hier kann ich es dann auch anpassen auf die Breite die ich eben brauche damit ich dann die richtige Absturzhöhe habe aber es ist halt doch relativ aufwändig und wie gesagt mit der Fensterbank bekommt man es gar nicht hin mit der Fensterfunktion selber also mit der Innenfensterbank mit der Außenfensterbank geht es einigermaßen aber jetzt müsste ich dann sozusagen diese Teile dann immer wieder neu rein kopieren wo ich es brauche und im Grundriss habe ich dann wieder Elemente herumliegen dieses hier das andere erwischt das ist das hier noch das einfach dann irgendwie extra rein gehört und nicht mehr Teil des Fensters ist die Fensterfaschen werden wir hier auch nicht angezeigt ist eben die Frage ob man das dann nicht mit einzelnen Decken dann selber machen soll gut das war es mal bisher danke